Die Sparkasse Ostfriednitz-Rupin und Wittstock TV präsentieren auch in diesem Jahr die Klimpa! Stopp! Wir brauchen was Neues! Was Neues? Genau! Eine Show mit Action, Spannung und hohem Unterhaltungswert. Eine lösbare Aufgabe! Und damit du bei der neuen Show nicht ganz alleine bist, stellen wir dem Klaus, einen unserer besten Mitarbeiter, an die Seite. Da bin ich aber gespannt! Viel Erfolg! So viel kann ich euch verraten. Es gibt Preise im Gesamtwert von über 2000 Euro zu gewinnen. Weitere Infos auf diesem Kanal.